Ich habe mich noch gar nicht gefragt, was heute zum Mittagessen ist. Ich habe gerade eine halbe Dessene gegessen. Haben wir ja noch Zeit. Jetzt haben wir auch die Zünderlade dabei. Wir haben auch alle im Auto. Jetzt kommt wieder ein Dampfer. Die sind ja sowieso interessant. Ich habe gleich auch so eine ganz schöne Bauch. Morgen werden sie rutschen auf der Wiesn. Ich habe die Zünderlade dabei. Wollen wir die Kleine auch vorbei? Ja. Schön. Ich denke, das sind 3 braunen, also 3 braunen. Das sind 3 braunen. Ich glaube, das sind 3 braunen. Also 3.30 Uhr insgesamt, oder? Vielen Dank. Vielen Dank.